hier in dem süden deutschland jetzt wird erst mal die strecke erkundet und in den Pros zugeguckt und dann gucken wir mal weiter was heute Abend noch so geht. Das war's für heute Abend. Untertitelung des ZDF, 2020 Warum steht hier mein Auto rum, frage ich mich. Es geht noch 10 Sekunden. Das ist der Startfluss. 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 Das ist der Startfluss.